Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Viedermäuse, zu einem neuen Video. Ich wollte sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank für 6000 Abonnenten. Wir haben endlich die 6000 erreicht und im letzten Video habe ich euch bereits schon gesagt, dass wir, sobald wir die 6000 Abonnenten erreichen, eine Verlosung machen. Im letzten Video konntet ihr entscheiden, was für eine Puppe ihr in dieser Verlosung gewinnen wollt und ich habe die Kommentare zusammen mit den strollpole.de Stimmen zusammengezählt und es sieht folgendermaßen aus. Die Ellie D. hat 13 Stimmen bekommen, der Portergeist hat 12 Stimmen bekommen, die Claudine hat 23 Stimmen bekommen und die Frankie hat 36 Stimmen bekommen. Richtig, die Frankie hat gewonnen, die Frankie Stein vom Fototag, eine ältere Puppe und die könnt ihr jetzt in diesem Video gewinnen. Wie könnt ihr gewinnen? Ganz einfach. Ihr müsst meinen Kanal abonniert haben. Ihr müsst dieses Video liken und ihr müsst in die Kommentare schreiben. Dann werde ich in einem anderen Video ganz zufällig mit einer Webseite YouTube Kommentarpicker oder irgendwie Kommentarpicker, werde ich dann zufällig den Gewinner ziehen und den Gewinner werde ich dann auf YouTube kontaktieren. Also guckt bei eurem YouTube in eure Mailbox rein, in eure Messagebox. Und ja, das war es jetzt für dieses Video. Kommentiert fleißig. Wie lange wird das gehen? Ich kaufe jetzt die Puppe am Dienstag und sobald sie dann ankommt, werde ich einen Gewinner raussuchen oder die Seite wird einen Gewinner raussuchen und sobald dieser Gewinner sich gemeldet hat, werde ich natürlich die Puppe raussenden. Okay, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst nicht fleißig zu kommentieren, falls ihr diese Puppe gewinnen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Käsekuchen. Tschüss! Musik 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 Musik